Ich entscheide mich für Wissen, weil für die großen Herausforderungen unserer Gesellschaft das Ringen um das Wissen und das Finden der entsprechenden Wahrheiten von hoher Relevanz ist. Die eigentlichen Quantensprünge, die wir bekommen, bekommen wir selbstverständlich aus der Grundlagenforschung. Und deshalb bin ich ein großer Fan von der Grundlagenforschung und ein Verteidiger für die Grundlagenforschung. Aber wir brauchen neben der Grundlagenforschung auch die missionsgeleitete Forschung, die letztendlich an Zielen orientiert zu den großen Herausforderungen der Gesellschaft ihre Beiträge leistet. Der große Wert der Wissenschaft ist, dass die Wissenschaft sich ständig selbst hinterfragt und durch dieses Hinterfragen auch Wahrheiten der Vergangenheit für die Zukunft infrage stellt, sodass wir in der Lage sind, auch neue Lösungen für die Zukunft zu entwickeln.